Hallöchen Blutfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wenn euch das Video gefällt, drückt gerne auf den Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar. Selbstverständlich dürft ihr das Video auch teilen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Damit sind wir wieder im Spiel in Fallout 76 und ich habe ja gesagt, heute möchte ich ein bisschen bauen erstmal. Das werden wir heute anfangen. Wir werden heute unser Camp ein bisschen auf- und ausbauen und mal den ganzen Halloween-Schund wegmachen, weil Halloween ist vorbei, Freunde. It's over. Halloween ist weg. Das heißt, wir sollten mal wieder was anderes hierhin setzen. Und danach möchte ich mit der Wastelander-Storyline endlich mal anfangen. Wenn wir hier mal gebaut haben, so ein bisschen. So, den setzen wir jetzt erstmal hier nach oben. Da passt der ganz gut hin, der Lümmel. Und dann bauen wir hier mal tatsächlich ein bisschen aus. Das tut schon länger Not. So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Ist denn schon wieder Weihnachten? Ja, jetzt ist... Ja, Weihnachten war schon vor Halloween eigentlich. Also zumindest laut der... Oh, ich habe die Team-Einladung abgelehnt. Ich schäme mich. Entschuldigung. Da ist... Ist Just Me in einem... Oh, jetzt. Team-Einladung annehmen. So. Halloween war ja schon... War ja schon... Äh, Weihnachten war ja schon vor Halloween dieses Jahr. Ist mir aufgefallen. So, ich habe überhaupt keine Idee, was ich gerade mache, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass ich so ein paar... So ein bisschen... So ein bisschen ausbauen möchte. Das ist das, was ich weiß. Ich wollte mir hier diesen Kupfer-Extraktor mal hinsetzen. Und darauf hatte ich nämlich irre Lust, dass ich mir hier mal selbst, ähm... Kupfer rausballern kann. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt betreiben können, so richtig. Müssen wir mal gucken, ob wir... Ob wir schon die Stromsachen freigeschaltet haben. Ah, wo haben wir sie denn? Geräte, Bettenstühle... Wanddekor... Sag mal, wo sind... Wo ist... Wo ist mein Strom? Da. Da ist mein Strom. Ja, das meiste haben wir noch nicht freigeschaltet. Das macht aber nix. Das wäre natürlich cool, dieses Solarmodul. Aber das haben wir leider noch nicht. Deswegen werden wir uns mit Vault-Tec behelfen. Wir werden einfach ganz viele wunderschöne Vault-Tec-Generatoren übereinander stapeln. Ich denke mal, es ist sowieso... Wir werden sowieso irgendwann demnächst mal umziehen. Das, äh... Das steht sowieso an. Ein schicker Umzug, aber... Vorher... Bauen wir jetzt doch nochmal ein bisschen hier. Ich habe mir heute auch ein neues, äh... Paket gekauft. Das kann ich euch mal zeigen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Hier. So ein... So ein richtig... Oh! Das Teil ist schon heftig gut. Darauf hätte ich Bock, das irgendwo hier reinzusetzen. Das Problem ist... Wir haben... Wir haben... Wir haben hier einen sehr unebenen Platz. Das ist das Problem. Ich würde den Sau gerne irgendwo hinsetzen. Der sieht nämlich echt cool aus, dieses Flugzeugwrack hier. Aber ich weiß ehrlich gesagt echt nicht wo. Wir könnten höchstens das ganze Gebäude abreißen. Ach, hier haben wir ja sogar Solar... Just Me, hast du hier Solarkollektoren hingebaut? Du kleiner Schlingel. Just Me hat hier Solarkollektoren hingebaut, Leute. Ich hab das vergessen, um ehrlich zu sein. Ich hab das vergessen, Just Me. Aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Pass mal auf. Pass mal auf hier! Dann bauen wir nämlich ein zweites Stockwerk. Zack. Genau. So. Und dann reißen wir... Reißen wir mal noch nicht ab. Sondern bauen jetzt hier erstmal noch einen Boden drauf. Ein zweites Stockwerk. Falls das geht, dann müssen wir gucken. So. Jetzt ist natürlich der Stromanschluss erstmal weg. Aber das macht nichts. So. Dann machen wir nämlich hier mal... ...das Dach weg. Jetzt regnet es ganz schön rein. Aber das ist okay. So. Also das wird jetzt kein kreatives Camp. Wir haben auch noch nicht so viele Baupläne. Auf diesem Charakter. Deswegen wird das jetzt... ...erwartet, da bitte nicht zu viel. Wichtig ist vor allem, dass wir die Score Challenge abschließen. Oh. Tausend. Oh, das ist aber nett. Warum denn tausend? Haben wir hier schon eine Weekly abgeschlossen jetzt? Oha. Oha. Es ist ja Bonuszeit. Ha. Schön. Gibt es wieder was zu tun? Können wir... Können wir vielleicht diese Woche endlich mal... ...den ganzen Mist hier abschließen schon mal. Das ist ja prima. Ich hätte ja schon Bock auf so einen Dachgarten mal. Wäre vielleicht auch aus Gründen gar nicht so schlecht. Müssen wir mal schauen, ob wir einen Dachgarten hinbekommen. So. Jetzt machen wir hier erst mal... Jetzt machen wir hier erst mal... Na, komm schon. Das Bausystem in Fallout, ne? Also wirklich... Es ist ein Krampf. Was cool ist, wir können jetzt auch hier hochgehen. Zumindest für so ein paar Meter. Dort könnten wir eigentlich den Dachgarten hinsetzen. Da ist er ein bisschen versteckt vielleicht. Schauen wir mal. Oh ja, was wir bauen könnten... Ich habe mir nämlich mal so ein Paket hier gekauft. Gartenladeflächenanhänger, beziehungsweise dieser Lohrenpflanzenkübel. Der würde eigentlich prima hier nach oben passen. Dann machen wir doch unseren Garten... Machen wir doch so eine Art Steingarten hier hin. So. Müssen wir dann mal gucken, wie viel wir da so reinbekommen an Pflanzen. Aber das sollte... Für unsere Zwecke sollte das, glaube ich, ausreichen. Vielleicht bauen wir dann irgendwann nochmal eine andere. Deswegen nochmal gucken. Die drehen wir nochmal. Genau. So. Dann. Machen wir hier. Wände. Und zwar möchte ich hier dann eine Tür nach draußen machen. Ich hoffe, dass wir hier wieder reinkommen. Ja, klappt. Wunderbar. Hier die Tür. Und hier können wir dann... Mal so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so für die Aussicht. Und dann nochmal so für die Aussicht. Wand. 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 Und dann nochmal so schön ist nochmal ein paar Wände. Und dann haben wir hier quasi so ein Obergeschoss dann. Und dann geht's hier quasi zum Garten hoch. Das ist doch cool. Das ist natürlich alles nicht... Das ist natürlich alles nicht... Nichts für die Ewigkeit. Aber... Fürs Erste soll das reichen. Das Ding drauf. Und ist das ein bisschen zu viel? Das ist gut. Na, schauen wir gleich mal. Dann machen wir hier noch. Das ist hier das Asbest-Dachset im Übrigen. Gibt's hin und wieder mal im Shop. Ich find das ganz hübsch. Um ehrlich zu sein. Ne, ich glaube, das packen wir hier dann hin. So. Und hier packen wir nur so eine kleine. Und dann nochmal hier. Und dann ist das Ding erstmal zu. Ne? So. Und es schaut doch... Das sieht doch schon glatt wohnlich aus, oder? Also. Das, find ich, sieht doch schon mal ganz wohnlich aus. Das würde ich mal so lassen. Das kann man so stehen lassen. Wir brauchen natürlich noch ein paar Tapeten und so. Ne? Dann machen wir uns... Machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Wir haben auch noch so eine Rüstungs-Ast-Tapete. Die haben wir noch dazu bekommen. Die, find ich, sieht ganz cool aus. Aber passt jetzt hier vielleicht nicht ganz so gut rein. Oh. Die müssten wir freischalten, die Paletten-Tapete. Brauchen wir aber, glaub ich, auch gar nicht. Wir haben hier nämlich viele, viele andere hübsche Tapeten. Und ich würd' mir hier gerne so ein kleines Wohnzimmer quasi einrichten. Selbstverständlich mit Nuka-Cola-Nerd-Ecke. Das muss sein. Ohne Nuka-Cola-Nerd-Ecke geht gar nix. Und ansonsten... Das ist ja hier so ein Gang. Das kann ruhig ein bisschen... Rustikaler aussehen. Der ja Eingangsbereich. Und den Rest würde ich jetzt einfach mal mit dieser coolen Retro-Tapete hier machen. Oder Vintage-Tapete. Mittlerweile können wir übrigens auch wieder Fenster bekleben. Das find ich auch ganz cool. Was mir tatsächlich noch fehlt, sind irgendwie so Dachtapeten. Ich find, das sieht immer so ein bisschen naja aus, ne? Aber ist okay. Das lassen wir gerade mal so durchgehen. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Strom von hier hinten... Was mir auch noch fehlt, sind so ein bisschen Säulen. Die haben wir zwar zum Teil im Spiel. Aber... Die sind so ein bisschen... Na ja, ne? Sind die... Die sind ein bisschen... Na ja. Können wir mal gucken... Ob wir da irgendwas... Irgendwas als Stütze quasi hinkriegen. Aber ich befürchte nicht. Na ja, was wir hier hinpacken könnten... Ah, die Regenwasser-Tonne ist auch super hübsch. Aber die bringt halt überhaupt nix. Leider. Schauen wir mal, was wir da hinpacken. Weil das sieht jetzt irgendwie so unbefestigt aus, ne? Das sieht so... Na ja, schwebend. Ist es halt. Es schwebt. Das find ich eigentlich nicht ganz so geil. Die hab ich mir heute auch geholt. Oh, die sieht toll aus. Oh, die sieht mega aus. Irgendwann baue ich mir nochmal so eine Tankstelle oder so. Ein Klo brauchen wir natürlich auch noch. Es kommt in den Steingarten hoch. Dann können wir nämlich gleich den Dünger verwerten. Dann kann der Dünger gleich verwertet werden hier oben. Das ist doch super. Wo ist die Kaffeemaschine? Ah, wir brauchen keine Kaffeemaschine. Wir haben... Wir haben was viel Besseres. Wir haben was viel, viel Besseres. Wir haben das allerbeste ever. Wir haben einen Nuka-Cola-Automaten. Das ist viel geiler. So, Bettchen. Das Liebesnest. Nein, wir nehmen mal... Das ist auch... Das hab ich heute auch gekauft. Also heute gab's tolle Sachen im Shop. Deswegen hab ich heute ein bisschen meine Atome aufgebraucht. die ich so gespart hatte. Oh, das Bettchen sieht toll aus. Gefällt mir. Das ist ein super Bettchen. So. Aber ich war eigentlich gerade dabei... ...mich darüber aufzuregen, dass es keine wirklichen Stützen gibt, ne? Müssen wir nochmal gucken. Wo waren die denn immer, die Stützen? Waren die bei den Wänden? Oh, es gibt so tolle Sachen. Ich sag's euch. Ah. Oder waren die bei den Dächern? Ne, bei den Dächern waren sie... Ah, bei den Treppen. Da haben wir die Pfosten. Genau. Die sind aber immer so ein bisschen schwierig zu platzieren. Obwohl, hier geht's. Oder? Geht das hier? Ah, ne. Überschneidung mit bestehendem Objekt. Aber hier, oder? Hier muss doch gehen. Hier? Ja, endlich. So, machen wir das mal hier so hin. Und kriegen wir hier nochmal so einen Pfosten. So ein zweiter wäre ganz cool. Aber... Das geht nicht, weil hier der Stein da... ...drin hängt, ne? Genau, deswegen. Aber jetzt sieht's... Jetzt sieht's halbwegs vernünftig aus. Jetzt passt das so halbwegs. Ja, das ist gut. Okay, die Solarzellen. Oh, da ist ein Kabel dran. Ach so, ja. Das Kabel wollen wir weg. Die Solarzellen bauen wir hier hoch hin. Was ganz interessant ist, nämlich beim Camp-Building... Da hinten stehen die tatsächlich ein bisschen doof, diese Solarzellen. Weil... Die Camps werden angegriffen und die Camps gehen immer... Äh, die Gegner... ...gehen immer zuerst auf Generatoren. Also diese Solarzellen. Und auf, äh... Gemüse. Das heißt, wenn man Generatoren und... Äh, solche... Gemüsesachen zusammenbaut. Und das dann vernünftig schützt. Dann hast du eigentlich... Relativ... Deine Ruhe. Sag ich jetzt mal. So. Jetzt müssen wir das verbinden. Ich glaube... Ich glaube, das Ding da unten wird auch öfter mal angegriffen werden. Aber da werden wir halt hier oben dann die Geschütztürme hinstellen. Und dann sollte das passen. Hoffe ich. Zumindest. Sag mal hier oben mal. Schwupps. Schwupps. Das Problem ist halt, hässlich wird so oder so auf gewisse Art und Weise. Obwohl... Ne, das geht schon. Das hier mal runter. So. Alles miteinander verbinden. Das geht hier nicht. Lagern wir nochmal alle ein hier. So. Also bei mir gehen die sofort auf die Wände neben dem Gemüse. Ja. Eben. Die greifen immer das... Also die kommen immer aus Richtung des Gemüses. Zumindest ist es bei mir bei meiner... Bei meiner Hauptchar-Basis so. Dass die... Immer Richtung Gemüse gehen. Und seitdem ich... Seitdem ich meine Basis so eingerichtet habe... Habe ich echt keinen Stress mehr gehabt. Jetzt mit den Gegnern. Weil die halt immer aus derselben Richtung kommen. Und das ist super angenehm. Das ist echt mega angenehm. So. Jetzt platzieren wir hier oben. Unsere... Unsere Türme. Weil eigentlich haben die nur eine Richtung, aus der sie kommen werden. Und zwar der hier. Und das können wir jetzt echt gut verteidigen. Mit den... Mit den Türmen, die hier oben stehen. Wir haben natürlich noch nicht die Super-Türme. Die kommen erst später. Ey. Das ist ein schönes Camp geworden. Beschwer dich nicht, du. Blöder Bot, du. Was glotzt du so? Pass mal auf, du. So. Dann machen wir hier noch eine schicke Barrikade hin. Die sehen auch cool aus, ne? Diese, diese Betondrachenzahn. Alternativ haben wir auch ein Lager jetzt. Wir können hier so ein richtig cooles Militärlager errichten. Oder... Oh, der Schrottsaun. Der gefällt mir auch gut. Der darf ruhig ein bisschen lückenhaft sein. Das ist okay. So. Soll er auch nicht wie so ein... Wie so ein hoch... Auf hochglanz poliertes Camp wirken. Sondern tatsächlich... Eher wie so eine... Naja gut, das sieht doof aus. Eher wie so eine zusammengeschusterte Basis. Das finde ich immer ganz nett. Wenn das Camp eben nicht auf hochglanz poliert ist. Die kommen von überall. Also ich kann... Ich kann das nur... Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Und aus meiner Erfahrung kommen die nicht von überall. Sondern lassen mich tatsächlich so ziemlich jetzt in Frieden. Und greifen echt nur da an, wo ich meinen Generator habe und mein Gemüse. So. Das sieht gut aus. Nein, warum? Warum geht das nicht? Komm schon. Oh. Ja. Nein. Ach, jetzt schwebt es wieder. Du Stinkebärchen. Dann halt nicht. Mann. Wollt mir so einen schönen... Warum kann ich das hier nicht einlassen? In dem Boden. Das wäre schön gewesen. Schade. Naja. Das Bausystem ärgert mich. Aber das kenne ich ja schon. Ich bin es ja schon gewöhnt. Gut. Hier muss noch eine Treppe hin. Ich vermisse die Zeit, als es noch mehr zu töten gab. Die vermisse ich auch, die Zeit. Das war eine gute Zeit. Als es noch mehr zu töten gab. So. Können wir hier auch noch eine Treppe hin? Nein, natürlich nicht. Hier? Nee. Hier kriegst du echt keine Treppe hin, ne? Naja, gut. Auf jeden Fall stellen wir jetzt selbst Kupfer her. Das ist doch prima. Und da können wir dann was anpflanzen. Ich glaube aber, ich habe aktuell nichts zum Pflanzen. Können wir mal gucken. Haben wir hier irgendwas da? Händler brauchen wir jetzt noch nicht. Das hat keinen Sinn. Ne, wir haben leider aktuell keine Pflanzen. Aber wenn wir mal Pflanzen kriegen sollten, dann werden wir uns da was gönnen. So. Einen Wasseraufbereiter hätte ich noch gerne. Ach so, da haben wir den Bauplan noch gar nicht. Können wir noch gar nicht bauen. Okay. Na gut. Dann bauen wir uns einfach der... Weil es halt schön ausschaut, bauen wir hier dieses Wasserfass hin. Irgendwo. Machen wir hier so. Und die schöne Vogelscheuche, die muss natürlich nach oben. So. Vogelscheuche machen wir jetzt einfach mal hier rein. Sieht toll aus. Ich mag das. Das ist so ein bisschen verwinkelt alles. Das gefällt mir. So, das Bett können wir wegmachen. Das hier packen wir nach oben. Also wir räumen ein bisschen um jetzt. Unten ist Crafting. Oben ist dann Wohnbereich und Ausstellungsbereich und was weiß ich nicht noch alles. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch irgendwann machen. Irgendwann bauen. So ein richtig geiles Fallout Museum. Boah, da hätte ich so Lust drauf. Mal so ein richtig schickes Fallout Museum zu bauen. Haben wir das Ding jetzt richtig? Ich glaube wir haben es falsch herumgestellt. Ja. Natürlich. So, jetzt. Der Wasserhahn tropft. Das Ding ist auch völlig für die Tonne eigentlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es sieht halt toll aus, ne? Dass das was zählt. So, hab ich... Gut. Schleppen wir das, obwohl das könnten wir eigentlich auch alles lagern, ne? Und wieder, wieder setzen. Machen wir das mal. Lagern. Lagern. Das lagern wir auch. Den hässlichen Grill, den könnten wir nach draußen dann stellen. Und den Bärenteppich nehmen wir auch mit. Ach, ne, oder? Doch. Ich kann es schon bauen. Ja, doch, geht. Ich habe die Sachen zwar nicht freigeschaltet, aber ich habe sie. Deswegen kann ich sie wieder versetzen und bauen. Okay. Das dachte ich schon. So, machen wir hier mal das so hin. Und die, die übelst krasse Handelbank. Hier machen wir, hier machen wir Trainingslager, äh, Bereich. Und dann... Ein bisschen mehr Deko wäre schon cool, ne? Und vor allem habe ich es ja. Ich weiß nicht, ich habe mir, ich habe mir hier die ganzen Pakete gekauft. Habe natürlich kein Echtgeld ausgegeben, außer halt das Abo. Und dann, dann nutze ich sie nicht. Motten, Mann, Kultisten, Dreibeiner. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Man, man lernt nie aus. Man kriegt immer wieder so tolle Sachen dazu. Und dann, dann freut man sich. Kann man das irgendwie... Ne, kann man nicht. Schade. Oh ja. Die müsste eigentlich auch irgendwo hier hin. Ich werde irgendwann auch so ein Militärcamp bauen. Was ich nicht alles bauen werde, ne? Ich werde so tolle Sachen bauen. Ich sag's euch. Ich werde so tolle Sachen eines Tages bauen. Ich weiß nur noch nicht wann. Hallo, Todesritter. Ich habe so viele Camp-Ideen, aber das Problem ist, du hast pro Chano ein Camp zur Verfügung, ne? Das ist immer so. Das ist das Fiese an der ganzen Geschichte. Oh ja, den muss ich auch irgendwo. Diese fleischfressende Pflanze. Fühlt die sich hier wohlbestimmt, oder? Den Atompilz-Dings in der Tonne. Der muss auch raus. Den hauen wir hier hin. Und natürlich den Sarg, in den ich mich reinlegen kann, dann zum Schluss. Nein, ähm... Ich würde noch gerne, einfach auch wenn es nicht wirklich passt, ich würde gerne diese neue Statue setzen. Die ich mir da heute geholt habe. Die da. Die verwitterte. Die sieht einfach toll aus. Ich mag sie lieber, wenn ich heiß bin. Man schaut sie euch an. Und pass mal auf. Ha! Ha 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 ha! Ist das Ding schön! Nochmal! Boom! Ha 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 ha! Das ist ein tolles Teil. Nochmal, komm. Ha 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 ha! Merica, Leute! Merica! Ich mag das Ding jetzt schon. Das Ding kann auch schießen. So, noch so ein paar Kakteen, auch wenn es hier ein bisschen kühler ist. Mal hier mal so einen kleinen... So eine kleine Kaktusse hin. Und wir brauchen noch... ...einen Grill... ...beziehungsweise einen Ofen. Oh, sowas wäre auch geil, ne? So ein Welcome Home Schild. Komm, lass mal hier so hin. Ach, schön, oder? Fühlt man sich gleich richtig wie zu Hause. Gut, Herd noch. Ach, wir haben keinen richtigen Herd, ne? Das Ding finde ich ja auch mega. Diesen Lohrenkochherd. Uh, den glaube ich, werde ich mir auch nochmal holen. Demnächst. Und bis dahin, ja gut, den Grill bauen wir nach unten. Den hässlichen, den hässlichen Kuhgrill können wir hier so... ...packen wir hier so hin. Mal die stellen wir noch ein bisschen rüber und dann packen wir daneben den Grill. So. So. Ah. Jetzt ist er nicht verbackt gerade. Das ist schön, wenn er mal nicht backt. Toll. Ach ja, Türen. Wir haben noch aktuell Tag der offenen Tür. Vielleicht machen wir da auch noch kurz was gegen. Mal die Tür rein. Was? Ausgewählter Gegenstand schwebt? Nein, da schwebt nix. So. Ach, das ist doof, dass die nach oben öffnet, aber... Frieden. So. Hier auch noch. Juhu. Hier geht's zum Dachgarten. Türen sind sowieso immer offen. Ich meine, hier ist jetzt noch ein bisschen, ne? Das ist noch ein bisschen mager, aber das kommt noch. Wie Menschen, Fleisch, Wohl, Schmutz. Amerika, Freunde, Amerika. Schön. So, damit haben wir unser Camp ein bisschen ausgebaut. Ein bisschen verschönert, ein bisschen vergrößert. Und jetzt müssen wir es quasi nur noch befüllen mit schönen Sachen, die Kindern Freude machen. Aber das machen wir dann, wenn wir wieder mal eine neue Baurunde starten. Jetzt legen wir uns aber erstmal schlafen, erneuern den Buff. Ich hoffe, dass er erneuert wird und dann geht's los. Genau, sieht gut aus und es fehlt nur noch etwas Licht. Richtig, das ist wahr. Darum kümmern wir uns auch noch demnächst. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!